Willkommen zu einer neuen Folge von Hulled Cheeks, wenn es jetzt richtig ist. Ich denke nie, dass es irgendwie richtig ist. Ja, okay. Ja, ich habe nicht viel daran gespielt, ein bisschen. Aber wenn auch, glaube ich, jetzt ist eigentlich ein wenig. Ja. Ja. So. Entwickelt brauchen wir für das nächste Gebiet. Da stehen da gerade 300 Billionen. Ne, 30 Billionen. Jetzt haben wir hier schon mal eine Billion. Wie viel kosten die abweist? Äh! Die sind ja echt... Wow, die sind ja echt teuer. Ja. Achja, Mann. Der Alzin-Update ist ja super. Ja. Ähm. Ich muss eigentlich gar nichts machen, denn er kümmert sich ja da genug schon. Darum. Eigentlich. Ja. So. Ich brauche mehr Geld. Deswegen habe ich jetzt das dreifache Bonus. Das heißt, wenn der jetzt sowas fängt, dann ist das dreifach teuer. Ja. Wenn das gerade irgendwie schwach aussieht, was da fängt. Oder meinen ihr das nur von mir? So gesagt, macht der ja schon das dreifache an gelben einem Fisch, als wenn ich's lieben würde. Ja. Ja. Ey, manchmal holt der Fische raus und diese 18 Millionen mehr. Oh, ich habe eine kleine Kiste. Oh, 1,152 Billionen. Oh, ich habe eine kleine Kiste. 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 Läuft. Und ich hab nur drei Befehlungen. Ja, gut. Geht nicht wieder. Ah, ne Kiste. Die Kiste. Sie ist nicht mehr leer. Ja. Oh, der Fisch hatte. Die Kiste. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, schade. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und dann, wenn du mal wiederholst. Oh, ja. 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 0 Ah, das war das. 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 5 7 der ist hier was mir auch immer die Berge bringen ich kann es sowieso nicht fangen, weil ich mache zu wenig an ja, ach mein Auto da war ich ja 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 Vielen Dank. Ich hoffe dir hat euch das Video gefallen, bis zum nächsten Mal, tschau!